Die Welt ist nicht so schön, wie wir früher dachten. Leid und Schmerz sind ein fundamentaler Bestandteil von ihr. All diese Probleme. Und auf einmal bist du ihrer bewusst. Was macht man dagegen? Wie wird man wieder glücklich? Wie wird man so far ahead? Cause gravity keeps us forever. Fühlt sich gut an, oder? Die Lichter, die Musik, die Ferne. Fühlt sich an, als wäre es schon immer storn gewesen, oder? Als wäre, dass sie das wahr kriegen. Fühlt sich an, als wäre es schon immer so Boare. Scheine kann, als wäre es niemand. Ich freue mich schon. Estoy in K–M. Wieso hast du heute geprüft? Was ist der Grund?